Je mehr Mitarbeiter in einem Unternehmen laufen, umso besser laufen auch die Geschäfte. Davon bin ich fest überzeugt und Sie wahrscheinlich auch. Nicht umsonst nimmt die Unternehmen an Firmenläufen teil. Das Laufen zu fördern ist die effektivste und nachhaltigste betriebliche Gesundheitsmaßnahme, die sich ein Unternehmen überhaupt einfallen lassen kann. Und meine Aufgabe ist es, Unternehmen wie Ihres dabei zu unterstützen, die Laufbegeisterung im eigenen Unternehmen zu mehren. Daher mein Angebot für Sie. Kommen Sie mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen zu einem ganz besonderen Vortragsevent. Kommen Sie zur Runner's Night, dem Vortragsevent für Läufer. Seien Sie live dabei, entweder in Köln oder bei der Live-Internet-Übertragung. Olympiasieger Dieter Baumann wird hier sprechen. Auch Silbermedaillengewinner Frank Busemann, Weltrekordkler Thomas Dold und Extremläufer Norman Bücher. Und ich werde natürlich auch für Sie reden und motivieren. Und je mehr Kolleginnen und Kollegen Sie mitbringen, umso schneller verbreitet sich die Laufbegeisterung in Ihrem Unternehmen. Vielleicht nutzen Sie die Runner's Night Ende Februar sogar als Kick-Off für Ihre Firmenlaufaktivitäten 2015. Mein Name ist Andreas Butz und ich würde mich sehr freuen, Sie auf der Runner's Night zu begrüßen. Wenn Sie vorab noch Fragen oder besondere Wünsche haben, dann senden Sie mir gerne eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an andreas.laufcampus.com und ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Bis dahin vielen Dank für Ihr Interesse und wir sehen uns hoffentlich bald auf der Runner's Night. Bis dahin vielen Dank.